Musik Yo Leute, hier ist DJ Michael X Schon lange her, schon lange her Und jetzt bin ich wieder da Und ich hab mir zwei Sachen gekauft Mehrere eigentlich, aber zuerst Kommt hier der PS4 Controller Den ich vielen Leuten schon versprochen hab Hab mir das Ding jetzt endlich geholt Jetzt kann Tekken online gebuchtet werden Und das unboxe ich auch gleich Und eigentlich wollte ich mir voll viele Spiele holen Aber die waren alle zu teuer Alle noch assi am Arsch Und damit ich mit Kumpel verzocken kann Hab ich mir PS14 geholt Weil FIFA hab ich zwar Und wenn ein paar Leute zocken wollen, dann zocke ich auch Aber allgemein wenn ich zocken will Zocke ich PS Von wegen Fußball Weil PS ist von Technik her besser Und deswegen macht mir das auch mehr Spaß Deswegen finde ich das auch gescheitert Und deswegen wird das auch gezockt Und hier ist eigentlich nur Diese abgefuckte Folie Die nicht weg geht Dann hier CD sieht auch fresh aus Gleich online pass und so Das spielen wir gleich nachher Mit der Kameraman Und jetzt das Teil hier Ich hab das Preisschild jetzt drauf gelassen Aber scheiß drauf Ich hab danach Ich hab das im GameStop geholt Und hätte es fast bereut Aber als ich dann Im Mediamarkt unserer Tour nachgeguckt hab Hat es 5 bis 10 Euro mehr gekostet Und dann hab ich mir so gedacht Okay ich hab's richtig gemacht Schade eigentlich Aber kack drauf Dann trägt mich der Typ im GameStop noch so Ich hab jetzt vielleicht 3 Meter Kabel Und ich dachte mir so Ich hab was anderes was 3 Meter ist Ich brauch kein Kabel Nein Ich hab noch andere OSW Kabel Da brauch ich das nicht Das passt schon so Auf jeden Fall Das macht Teil Denn ihr wisstet Alter Nur an Da Man kriegt Speisen Ich schwör Das ist so geil Das Teil Das ist einfach nur übertrieben Und wenn ich mir eine PS4 hole Und ich mir nur diese eine Controller Version Dann hab ich gleich 2 Stück Mit einem Spiel Und dann passt es Ich hole wahrscheinlich die Final Fantasy Edition Und ansonsten War's das eigentlich auch Ich hoffe euch hat's gefallen Wir sehen uns in meinem Let's Plays Haut rein Word